Yo, Kameramagier, ich habe dir einen kostenlosen YouTube-Title-Like-Dingsbums gebastelt. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung einfach in die Edit-Templates speichern, so wie du es auch schon immer gemacht hast. Also in Fusion gehen, dort die Effect-Library aufmachen, dann zu den Edit-Templates gehen und unter Titles oder Generators kannst du dir das Ganze abspeichern, indem du auf die drei Punkte klickst und dort Show-Folder anklickst. Und dann speicherst du das Ganze in diesen Ordner. Und wenn du das nächste Mal DaVinci Resolve aufmachst, dann findest du das Ganze in dem entsprechenden Ordner. Also Titles oder Generators, je nachdem, wo du das Ding reingespeichert hast. Und wenn du noch mehr kostenlose Presets für DaVinci Resolve willst, dann check mal hier die Playlist ab. Ansonsten schau dir das nächste Tutorial an. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.